Hallo zusammen, hier ist von U-Lights die neue Filamentlampe in diesem recht großen Glasgefäß und hier möchte ich gleich sagen, man muss aufpassen, wenn man die montiert, dass man hier nicht mit den Händen an dieses Glas zu sehr heranfasst, weil die Fingerabdrücke bleiben drauf und die sind nur schwer abzukriegen dann. Ansonsten wird, ich mache das mal kurz über die App ein bisschen dunkler, dann sieht man es vielleicht besser, das Licht von hier oben runter gestrahlt, hier sozusagen an die Mitte von diesem Filament und das strahlt dann wieder so ein bisschen nach oben. Was ich nicht ganz bestätigen kann, ist, dass jetzt hier, ich sage mal, auch dieses Glasgefäß mitleuchtet, es ist wirklich nur der Stab innen drin, der leuchtet, es sieht auf der Verpackung ein bisschen anders aus, aber typisch für U kann man eben hier die Farbtemperatur ändern, zu einem sehr roten, warmen Ton hin zu einem sehr kalten Farbton. Ich habe hier jetzt 50%, kann das aber auch auf 100% hoch schrauben und ich muss sagen, dieses helle weiße Licht, das reicht eigentlich aus, finde ich, jetzt so ein 20 Quadratmeter Zimmer zu beleuchten. Wenn man jetzt allerdings hier auf Farben geht, wird man schnell sehen, dass ein bisschen dunkler alles ist, aber die Farben sind natürlich toll, typisch für U. Haben wir hier was rote, grünes, können wir in den Blautonbereich gehen, hier in den lilanen Bereich, also alles ist möglich und man sieht schon, das wird hier also sauber beleuchtet. Gucken wir uns mal kurz den roten Bereich an, was haben wir hier noch, gelb, also man sieht, wir haben ja volle Möglichkeiten, wir können das natürlich auch mit anderen Leuchten zusammen verbinden und dann Szenen erstellen. Also ich mache jetzt mal so ein halbwegs neutrales, weißes Licht wieder auf volle Stärke und ja, also ich bin mit der Lampe schon zufrieden, die Lichtqualität ist sehr gut, also auch die Farbwiedergabe ist hervorragend und ich finde, dass die Lampe sogar einen Ticken heller wirkt als meine alte. Meine alte war 600 Blumen, die hat jetzt hier nur 500, trotzdem habe ich das Gefühl, dass die ein bisschen besseres oder kälteres, besseres Licht einfach macht, mit dem man arbeiten, lesen kann, aber auch entspannen kann, wenn man das Ganze mehr in den warmen Rotbereich dann rein tut.